Ja, hallo. Wir haben lange keinen Bioshock mehr gespielt, obwohl erst die erste Folge rauskam. Da war ich ein bisschen faul und ein bisschen nachlässig, was das Spielen betrifft. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ich weiß auch die Steuerung gar nicht mehr. Wie konnte man sich nochmal... Aha. Ach ja, da gab es auch noch verschiedene Munitionstypen. In C war hinhocken. So war Waffe wechseln. Plasmide war glaube ich rechte Maus. Und Viva nochmal. Nein! Scheiße. Okay. Sei mal ruhig, ey. Nein! Hacken. Ah, wie war denn das nochmal mit den Hacken? Ich glaube, das war mit den Rohrleitungen, ne? Äh, gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feine an. Hacken. Hacken. Äh, finde Rohrsegmente, in denen du verborgene Platten aufdeckst. Nimm Rohr und setze sie in Verbindung. Aha, Stromkla... Hä? Äh. Ah, ja. Okay. Okay. Das ist easy. Das ist easy. Das ist auch easy. Und... Juhu! Okay. Wo muss ich denn überhaupt lang? Das sieht mir hier zu richtig aus. Hier will ich noch nicht lang. Ah, so kann ich auch schleichen? Ich schätze, es kann mir Angst haben. Okay. Hören wir das erstmal. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrtsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war davor sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Mhm, mhm. Ja, ganz süß, ja. Und sehr an dem Fall interessiert. Total. Willkommen im Zirkus der Werte! Schrot. Haben wir eh noch nicht. Wie konnte man nochmal die verschiedenen Plasmide durchwechseln? So nicht. Ich weiß gar nicht. Haben wir schon verschiedene? Au. Au, tut mir leid. 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 Ah, ah. Aha, aha. Aha, aha. Hui. Okay. Boah, ist das Ding laut, ey. Okay, hier können wir noch nicht durch. Dann gehen wir erstmal runter, da wo wir gerade schon lang wollen. Okay. Hä? Hä? Wer schießt denn hier auf wen? Was machen die da? Das war eine Vergnüge. Das war eine Vergnüge. Skalbel! 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 Aha. Okay. Nein! Oh, ich bin so blöd. Schnell. Okay. Ja, ganz viel. Doch. Doch. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Ändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Ja, ist ja auch so. Der hat einen sehr schönen Schnubbi, der Steinman. Ich finde ihn sehr schön. Ähm. Ist mir gerade ein bisschen fein. Ich glaube, ich muss gleich nochmal die Steuerung nachgucken. Ich weiß auch nicht mal, ob man ranzoomen konnte. Hat da nicht noch was... Boah, dieses Vieh, ne? Hat da nicht noch was geblitzt? Boah. Okay. Hier ist ein Knopf. Hier ist ein Bildschirm. Alter H gedrückt. Okay. Äh. Q. Äh. T. Nein! Mit Z! Wieso drücke ich immer den T-Knopf? Lass mich hier rein. Wieso nicht? Warum nicht? Drücke Umschalt. Um eine Waffe aus einem Inventar auszuwählen. Aber das kann ich doch auch so. So. Okay. Äh. Jetzt kann ich hier auf den Knopf drücken. Oh mein Gott. Ich warte hier. Keine Sorge. Wieso können die denn hier durchschießen? Und... Stirb. Äh. Du versteckst? Oh mein Gott. Du bleibst das mal. Stirb. Hallo? Da. Hör. Wo versteckst du dich? Na hier. Was ist das auch? Hallo? Da. Da! Hallo! Wo seid ihr denn? Boah, die sind so laut, ne? Ah! So kommt ich! Äh... Nein! Okay... Wo ist meine Rucke? Meine Fresse! Wo seid ihr denn überall? Okay... Sind jetzt alle tot? Ich hoffe doch... Okay... Äh... Ich bin grad ein bisschen überfordert und verwirrt zugleich, was ich alles machen muss. Und irgendwie... Will ich so ne Maske... Immer noch einer? Aber seine Frau hat enorm zugenommen! Ja, ich auch. Ich hab auch enorm zugenommen. Ah ja, wie C.O.S. sagt, ne? Ohne Witz. Eigentlich... bewegt man sich viel zu wenig. So wie ich jetzt gerade... Ah! Hab ich mich jetzt erschrocken? Äh... Da! Ja! Okay... Äh... Ich will ihm mal was sagen, dann vergesse ich, was ich sagen möchte. Das ist super ätzend. Kann ich jetzt hier durch? Nein, wieso nicht? Okay... Nachladen. Wo war ich? Ach ja, man... Bewegt sich viel zu wenig. Und eigentlich ist das schade. Eigentlich sollte man mal viel mehr rausgehen. Das wollte ich sagen. Genau. Nicht so wie ich und hier am zocken. Sondern einfach rausgehen. Wir hacken das Teil hier einfach mal. Bevor wir weitergehen. Zwar einfach, weil wir es können. Äh... Äh... Oh, Hilfe! Wieso geht's los? Ah! Okay. So. Und so. So. Und so. Und so. Juhu! Jetzt krieg ich hier Sachen günstiger. Im Zirkus der Werte! Panzerbrechend. Pistolenkugel. Aber ich will doch... Ja... Den Rest kriegen wir so. So. Okay. Kann man echt nur mit Z zoomen? Guck mal, wie der so lang schlabbert hier so. Blah, blah. Blah, blah. Blah, blah. Blah, blah. Blah, blah. Blah, blah. Äh, wir müssen zu Dr. Steinman. Keine Kraft mehr. Eve, läd deine Akkus wieder auf. Yeah! Medical Pavillon. Also das Reich von Dr. Steinman. Ein Dollar. Ich wusste, das war bei Bioshock 1, wo ich das vor Jahren mal gespielt hab, so ätzend. Du, äh, bist hier so entlang gelaufen und wolltest grad so ne Leiche looten und hast dir so gedacht, hmmm, guck ich mal hier so und plötzlich springt die auf. Boah, da hat man sich so verjagt und das hab ich so in Infinite vermisst, dieses einfach, dieses dauerhafte Erschrecken. Es war so geil. Also eigentlich war es nicht geil, aber es hat schon ziemlich viel Atmosphäre ausgemacht. Okay. Und da will ich rein. Okay. Aha. Prime Health Unit. Safe. Speedy. Afford. Ja. Geht das so offen? Ich muss erst klingeln. Okay. Na los, du bist. Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. ...einen Experten vor ganz neue Problemen. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es war doch eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder einem Missgebot einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körperformen getrunken. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Mhm. Was für ein kranker Bastard. Oh. Hacken. 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 Hacken ist immer gut. Äh. Oh mein Gott. Ich brauche einen Schniedel nach oben. Da. Ich brauche noch einen Schniedel nach oben. Okay. 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 Jetzt wird es schon hektischer, ey. Gleich geschafft. So. Und so. Und geschafft. Hey. Boah, es war ganz schön knapp, ne? Habe ich doch schon gemacht. Ich habe den doch schon Elektroschock gegeben. Oh. Haken. Okay. Die hacken wir auch ganz schnell. Schaffen wir. So. Du kommst dahin. 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 Und so. Und so. Und fertig. Yay. Okay. Zwei Maschinen. Wo bist du? Hallo. Komm her. Oh. 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 tut. Okay. Erstmal, bevor wir weitergehen, alles abluben. Weil man könnte ja was übersehen, wie das hier. Wird... Ja. Irgendwie ja gar nicht. Wie komme ich hier rein? Ah, das war... Dieses Ansaugteil kriegen wir, glaube ich, gleich, ne? Boah, ich liebe diese... Ich liebe diese Dinger hier. Weil ich da einfach so interessant finde, zuzuhören. Ich auch. Dein hässlichen Bart. Nein. Bitte was?